Du suchst einen Kanal, auf dem dich viel Spaß und Abwechslung erwartet? Dann bist du hier genau... falsch. Im Jahr 2017 haben wir schon relativ viel erreicht. Und das, obwohl wir nicht viele Videos hochgeladen haben. Das wollen wir 2018 natürlich ändern. Wir haben Fortnite, hör mal wer da hämmert, Overwatch, Rocket League, League of Legends 3 vs. 3 und die Escapist 2 auf unserem Programm. Da wir unsere Videos nun hochwertiger gestalten wollen, kann es dazu führen, dass nicht jeden Tag ein Video von uns kommt. Dazu kommt noch, dass wir so oft es geht streamen wollen. Pokémon, Black Desert Online, Terraria, StarCraft 2 und Diablo 3 stehen unter anderem auf der Liste. Wenn ihr Bock habt, dann schaut einfach mal vorbei. Viel Spaß.